Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Watch Dogs, heute ohne die beiden Flachköppe. Was ist denn da hinten? Ja dafür wieder ich alleine hier und geht ja schon gut los. Du hast die Tour durch die schmutzigsten Abgründe des Internets genossen. Hat dir die Hodenfolter besser gefallen oder das mit dem Pony? Du bist dran. So, ja. Wir spielen jetzt mittlerweile mit der The Worst Mod 08, die ein paar Vorzüge hat, aber erstmal brauchen wir ein Ziel hier unten. Genau, die ein paar Vorzüge hat, wie zum Beispiel Einstellmöglichkeiten für die ganzen, ja, für den ganzen Kram halt. Was etwas blöd ist tatsächlich gerade jetzt, das weiß ich, vermag ich nicht zu sagen woran es liegt und ihr werdet es wahrscheinlich wieder nicht sehen, aber ich merke es ungemein. Die Frames sind eine reine Katastrophe. So, jetzt habe ich es gesagt. Reine Katastrophe. Vielleicht stimmt es ja doch, was Ubisoft gesagt hat. Wie, äh, oder äh, dass man Probleme bekommen kann in der Spielerfahrung, wenn man diese Mod nutzt. Wobei, hier hat er sich jetzt wieder gefangen. Das heißt, diesen Bereich hat er wohl schon geladen. So, und kann mir mal jemand sagen, warum man da mit so einer doofen Karre startet? Ne, ne? Ne, ich höre nichts. Ne, keine Stimme in meinem Kopf. Kann mir wohl niemand sagen. Warte, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Oh ja, richtig. Ist mir auch aufgefallen. Ich wollte nicht so oft so scharf einatmen. Das hört sich immer doof an. Und das hat diesen Jogi Löw-Style. Dabei könnte ich jetzt hier absichtlich machen. Gestern. 0-1 gegen USA. Wuhu! War Heimspiel von den USA, deswegen standen die vorne. Weil ich so unglaublich viel Ahnung von Fußball habe. Und von Geografie. Das kommt zusammen und deswegen war es tatsächlich ein Heimspiel für die USA. Äh, ja, Fußball, ne? Also WM. Ist gerade. Also jetzt gerade. Wird nicht sein, wenn die Folge rauskommt. Das weiß ich auch schon. Weil da ist schon nichts vorbei. Gut. Und da ist sie schon vorbei. Oh, der war ein Notar. Mensch, das war ja cool. Warte. Es ist nicht mehr so, wie als wir noch Kinder waren. Wir konnten dem ausweichen. War nicht leicht, aber es ging. Heutzutage hast du keine Wahl mehr. Der Junge von meinem Nachbarn bleibt nur noch im Haus. Geht nie raus. Nur zur Schule und in die Kirche. Das war's. Scheiße, stell dir das mal vor. Die ganze Kindheit nur drin. Das ist doch echt falsch. Er will einfach keinen Ärger. Und dann später aufs College. Und das alles hier hinter sich lassen. Ich hoffe, er schafft das. Hoffe ich echt. Ja, der ist bestimmt die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Computerspiele zu spielen. Das sage ich... Was? Du weißt genau, was sie macht. Sie kommt nachher. Ach so, alles klar. Hö? 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 Ich werd noch glittern. Äh, alles klar. Ja! Ach na. Ach! Ich мож kr��ские Kriminalität, was solls, aber die versteh dich, was der wirklich Er ist der leichteste Weg rein. Ich hoffe, das bringt die nicht um. Ja, keine Musik. Wie gesagt, was war das? Folge 17, Jay's Garage. Das war echt doof. Also da musste ich wirklich rein und die Audio-Files dann nachbearbeiten. Die ganzen Sound rausklötern. Das wäre jetzt hier bestimmt auch wieder so gewesen. Deswegen keine Musik bei Watch Dogs. Gut. Ich werde einfach wahrscheinlich das Spiel danach nochmal selber spielen und dann mit Musik auch an, weil ich glaube, der Soundtrack ist schon cool. Also kann man nicht anders sagen. So, wir müssen glaube ich rein. Oh, da ist Feindesgebiet. Feindesgebiet. Kommt man da auch von woanders ran? Vielleicht von hier? Gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, was wir da jetzt genau machen müssen. Äh, erreichen. Alles klar. Erreichen geht. So, aussteigen. Ich muss irgendwie in dieses Gebäude und nahe bei Bedburg-Signal bleiben. Brich die Verbindung ab, gerät da vielleicht in Panik. Und das darf nicht passieren. So rannte man. So langsam, äh... Willst voll raus mit der Steuern. Ah, ja. Entschuldige dich, Arschloch. Nö. Achso, sie verlassen das. Okay. Kann ich hier rüberklettern? Gut. Okay, da... Moment, den hatten wir nochmal kurz. Uh, wieder etwas Geld. Ah, hier fliegt nach unten klettern. Ja. Das war nicht gut. Okay. Wir schauen uns hier erstmal um. Ich hätte ja gerne eine Kamera. Irgendwo. Ist hier irgendwo eine Kamera? 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 Kamera! Kamera! Kamera? Jut, jut, jut. Was haben wir hier denn alles? Ähm... Es sucht häufig online nach 187. Mhm. Beidhändig. Beidhändig was? Hm. Naja. Gut. Also hier sind die beiden. Sprengen. Okay. Das sieht ganz gut aus. Da ist noch einer, aber da... Hier sind echt keine Kameras, ne? Also keine... Ah. Hier ist noch ein Kollege. Beobachtet internationale Banken. Gut. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir nicht ran. Mist. Hm. Hm. Okay, ist gut. Schieten die. Schieten die die, sag ich da nur. Okay, dann probieren wir mal... Unser Glück mit... Ach, das ist doch blöd. Wie soll man denn da jetzt... Naja, probieren wir das mal. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Ja, das wird dann wohl in einer wilden Schießerei... Ah, jetzt kommt er auch. Die haben nichts zum... Das ist ja blöd. Und das können wir grad nicht sprengen. Okay, warte. Was? Ach. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Du gehst kaputt. Hier geht dauernd was kaputt. Ist ja nichts neu. Okay. Das hat nicht so... War nicht ganz so zufriedenstellend wie gewollt. Aber nun gut. Okay. Dann, ähm... Er hat eine Scheiße. Ja, das ist kacke. Ähm... Okay. So. Ja, wer hat's mitbekommen? Er noch. Und kaputt. Ah, ich glaub, das war ganz okay. Ich glaub, das war ganz okay. Oh. So, das heißt, äh... Ein bisschen Glück. Money. Gefundenes Geld. Besser als YouTube Money. Money, Money, Money. Money wohnt unten. So, das... Ist jetzt ja... Moment, das ist er. Fehlte nicht noch einer. War nicht da hinten. Noch einer, der nicht in... Ach, komm mal nicht hier. Hä? Ey, bin ich bereit? Ja. Was ist das? Nee, ich wollte aber... Mist, ich wollte doch... Scheiße! Er ist... Oh, scheiße! Warum denn... Der Aschgott, der kann sich verstecken. Kann er nicht! So, hat das was gebracht? Ja, das hat was gebracht. Oh, hat man das gehört? Äh... Ich glaube wohl. Oh, hallo! Ich wollte doch aber hier an der Witte. So. Weg. Und... Weg. Okidoki. Dann sammeln wir noch mal ein bisschen ein. Gucken mal, haben wir sonst noch was cooles hier in der Nähe? Warte mal. Ok. Haben wir den letztens irgendwann mal freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Ich glaube wohl. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Hm? Na, toll. Okay, hier ist aber... Ah, ein Fluchtwagen. Hm, gut. Ne, ist doch gut, dass das noch zum Sprengen da ist. Dann entriegeln wir das mal. Und betreten das Gebäude. Und erreichen es in vier Minuten. Äh, ne, in vier Metern. Ja? Bist du soweit? Ja. Wo bist du? In der Nähe. Los. Mein Finger liegt auf der Play-Taste. Für den Fall, dass du mich verarschst. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Jetzt müssen wir ihn... ...eine Wand zu fernsteuern. Wenn... Wenn die mich schnappen. Er traut dir. Das hast du gesagt. Was ist auf Irak's Etage? Ich weiß es nicht, Mann. Zimmer. Es gibt ein Zimmer, in das Irak niemanden reinlässt. Heute gehst du da rein. Keine Chance. Geht nicht. Hör mal. Das ist so eine Art Sicherheitstür. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Jawohl. Ich bin kein Spitzel. Ich rede nicht mit Bullen. Gut. Ich bin kein Bulle. Hat er gemerkt. Okay, jetzt, ähm... Ich hab so Schiss, Mann. Hör einfach gut zu und beweg dich, wenn ich es sage. Ich passe auf dich auf. Oh, okay. Okay. Oh, warte. Gut, dann geh doch mal dahin hin. Jetzt. Ich geh schon. Los, los. Oh, das war blöd. Los, schnell. Oh, fuck. Oh, fuck. Ruhig. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. So, dann nehmen wir das. Und er ist hier in Sicherheit. Sehr gut. So, das... Ich hab gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Andor, wir waren hier doch schon mal. Das ist es nicht wert. Bla, bla, bla. Hol ist es das wert. Ähm... Gut, da hinten ist eine Kamera. Dann nehmen wir die doch mal. Ah, deswegen gab es hier auch die ganzen... Okay, ich verstehe. Ich sollte nicht hier sein. Verfix noch mal. Ah, das war zu früh. Geht das noch mal? Nee, ich glaub nicht, ne? Oh, das kann man warten. Ich bin nicht vorm TÜV. Ist mir doch egal. Also, geht doch, geht noch mal. Gut, dann... Lassen wir ihn sich hierher bewegen. Wenn der Kollege da weg ist. Und dann aktivieren wir da rechts das... Oh. Ich will das nicht tun. Das ist blöd. Moment, das will ich einmal kurz ausloten. Achso, warte mal. Da müssen wir rein. Ich will das nicht tun. Ah, okay. Alles klar. Da müssen wir rein. Gut, gut, gut. Verstanden. Gut zu wissen. Dann... Das ist es nicht wert. So, dann schauen wir uns einmal an, wie lang der Kollege hier so rumhühnert. Ich sollte nicht hier sein. Jetzt. Los. Okay. Sehr gut. Du siehst nichts. Du siehst mich einfach nicht. Okay, dann... Anlocken. So, wo läuft der denn, warum ist der denn nicht da? Aber das ist doch nicht so... Na, das läuft wahrscheinlich wohl. Okay. Los, Tyrone. Okay, los. Kacke. Bewege. Alles klar. Das ist irre. Danke. Erstmal hier... an die Kamera. Ich sollte nicht hier sein. Hehehe. Bewegung. Ja, ja. Bewegung. Das ist es nicht wert. Bewegung. Okay. Reicht das? Ich will das nicht tun. So. Oki doki. Ich glaube, bisher schlagen wir uns ganz gut. Los. Ich geh schon. Fuck, Mann. Ist du die Tür? Fuck. Heftige Schlösser, Mann. Geh nur nah genug ran. Mein Rack an der Rhein, Mann. Warte eine Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Zu schnell? Ne. Da hinten war noch was. Mist. Der Computer ist da. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Wir haben viel Zeit. Irag war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Ist gar nicht kompliziert. Ach die Tür auf. Ach so, okay. Gut, dann entregeln wir mal den Serverraum. Okay. Kurz wieder schauen. Wo wollen wir hin? Wir wollen da hin. So, der braucht von hier und dort. So, der ist okay. Ja, gut, schauen wir mal. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. So, und dann wird der noch nicht gedreht. Und der auch. Und der. Und durch. Ja, 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 ich weiß. Das war so nicht vorgesehen. Ich sag's dir, Mann. Ich sag dir doch keiner aus Irak. Ruhe. So. Ne, warte mal. Doch, von hier muss. Ähm. Das heißt, ach, das geht auch nicht. Ach so, doch. Liegst und rechts, ne? Dann muss der erst. Der und der. Und. So. Und so. Und so. Ja, oder auch nicht. Gut. Äh. Ach so, doch, klar, natürlich. Warte. So. Und so. Und dann drehen wir den nochmal um. Und schwuppdiwupp. Ist der auch offen? Der muss dann wahrscheinlich so rumlaufen. Der. Muss so rumlaufen. Und der ist so rum. Oder auch nicht. Oder den nicht. Äh. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier erstmal Strom von hier und von hier. So. Und dann drehen wir den nach oben. Jetzt haben wir da Strom, da Strom, da Strom. Und. Ne, warte. Ach so, okay. Der ist notwendig. Der geht so. Das heißt, der ist nicht notwendig. Hehehe. Das ist ja witzig. So, der geht so. Hm. Ja. Witzig. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, dann. Der Computer ist da. Genau. Da. Wo? Ah, hier. Scheiße kalt, Mann. Ja, um die Server zu kühlen. Ja, das ist ganz wichtig. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Ja. Du, wenn dir zu kalt ist, kannst du auch in den Warmgang gehen. Wobei, hier gibt es keinen Kaltplan. Bewegt dich nicht. Waffe, das ist nicht genug. Geht zurück. Was geht jetzt? Wer war, was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Wohin sieht es denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verficken Verrat aus. Was? Oh, oh. Ich glaube, wir müssen jetzt abhauen. Ist so eine... Aber wir haben noch nicht genug Daten. Mist. So, verschwinden sie von da. Oh nein. Was ist denn passiert? War doch alles richtig. Und Irag? Hat er seinen Cousin getötet? Bin ich überschuld? Ich habe nicht viel bekommen. Hoffen wir, es reicht. Gut, mal gucken, ob wir hier irgendwie... Oh, also doch, das sind keine Bösen. Gut, gut, gut. Ja, wir verzwiebeln uns nochmal hier durch die Erde. Ja, ich habe keine Probleme mit dir, Mann. Halte die Augen offen. Die Schwuchtel darf uns nicht entkommen. Da selber. Mann, immer dieses... Ah, dieses rumgekrapftige Ausdrücke. Okay, da ist jetzt links so... Oh, okay. Was? Das ergibt no sense. Es ist so gebildet. Englishman would say. Also doch. Wo ist der Schwanzdurcher hin? So. Nein, 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 nein. Nach. Oh ja. Mist. Schade. So gut wie geil. Also, bis dahin. Na gut. Dann, äh... Also, das sind die Kollegen. Inka, schenk dich ein. Du schenkst dir gar nichts ein, Kollege. Gut, gut. Okay, das wird ein bisschen anstrengend. Sehr gut. Alter. Pass gut auf. Den kaufe ich mir. So. Weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber... Wahrscheinlich ein bisschen. Okay. Schreck. Es werden immer weniger, es werden immer weniger. Tust du gar nicht. Tust du nicht. Wett nicht. Dann können wir doch noch lang. Da lang. Oh, Entschuldigung. Hm, hm. Hier sitzt. Nicht mehr ganz so viel Akku auf dem Handy. Muss man gleich mal laden gehen. Ich versuche, nicht zu rammen. Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Er fliegt jetzt nur Wurz. Ja, ich glaube, das war okay. Nee, warte. So. Ich komme mit B und X immer durcheinander. Damit gibt es kein M. Jetzt habe ich den Kanal voll. In den Kopf schon. Wo bist du hin, du Stricher? Hier. Ey, und außerdem, ich bin kein Stricher. Und hier gibt es keine Autos. Oh doch, warte. Da kommen zwei, sehe ich gerade. Na, ist klar. Wir sind da. Bringen wir zu Ende. Achso, warte. Auto. Oh, nö. Hm. Es verschwindet, yo. Es verschwindet, yo. Das läuft schon. Nimm die mit den. Ja, das hätte so einfach sein können. Es sind ganz schön viele. Oh. Es sind schon viele Sprengsätze hier in der Nähe. Wow. Okay. Gut. Mist. Mist. Sehr gut. Tor auf. Tor zu. So. Jetzt jeder. Und sie müssen uns aus den Augen verloren haben. Ein Auto, ein Auto. Oh, vielen Dank. Ein scheiß Auto. Naja. Es muss hier doch irgendwo sein. Ich sehe nicht mehr. Das ist gut. Aber raus kommen wir hier trotzdem. Boote. Na denn. Wir sind da, B. Dann nehmen wir doch mal... ...den hier. Glaub nur, nun kommt es doch nicht. Das ist unser Revierfreundchen. So. Ein bisschen Glück. Sehen sie uns jetzt überhaupt nicht. Und wir... Wir haben verloren, Wies. Das war's. Jawohl. Schön. Jetzt kommt noch ein Telefonanruf. Sag mir, du hast was. Es war nur ein partieller Download. Aber ich habe etwas. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über... ...einfach ihn. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape. Blumen-CEO-Bestechung. CTO-S-Verstöße. Irak sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zu Merlot? Merlot. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. Genau. Und wie bald das sein wird, das erfahren wir in der nächsten Folge Watchtops. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Den Skill-Punkt holen wir uns gleich. Und hören noch einmal ganz kurz, was Tyrone zu sagen hat. Bad Bug, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin drauf. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Irak hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Irak sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen. Ja. Ja, du und ich. Und wir quillt? Wir sind quillt. Gut gemacht, sehr lange. Ich komme auf die Spiele zurück, wenn ich mal wieder Hilfe brauche im Milieu. Ja, wie dem auch sei. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.